Nix, ich lauf im Tunnel umher. Warte, äh, nimm das hier. Geht schneller. Das müsstest du auch haben, das Polytool. Echt nicht? Du, dann craftet ihr eben, das ist doch nie so teuer. Das ist nicht teuer, nee, nee. Nö, ein bisschen Eisen. Ein Polytool. Natürlich. Was denkst du, was ich meinste hab? Nein, das macht man eben nicht mit Eisen. Warte, äh, euer Karbonanochips, meine Güte, da müssen wir doch jetzt mehr als genug haben. Ja, wir haben doch ein bisschen, die hast du. Ja, und es läuft ja sowieso gerade neues Zeug durch. Da nimmt sich da direkt was. Also, hier jetzt mal so ne Frage. Sind wir eigentlich im Forest oder wo? Nein, aber ich komm aus dem Loch raus und erst mal in die Hand von Monstern. Ah, du dreckige Spinne. Warte mal, Spinnen gibt es aber auch in Forest. Fällt mir gerade auf. Oh Gott, jetzt muss ich irgendein Loch finden, wo ich, äh, nee, genau, wo ich starten kann. Ja. Erdrucksteine. Chlor. Chlor. Chlor ist super. Chlor kannst du immer verbrauchen. Haben wir irgendwo Helium? Ich verschönere unser Basem. Okay, mach das. Jetzt fällt das schon wieder an. Melvin? Ne. Ne. Melk fett. Tyrox. Ich kann nicht mehr. Ich kenn nicht mehr. Also darfst du so schnell. Ne? Das ist schon... Was hab ich denn zum Inventar? So. Geht nicht mehr. Ne? Gibt's das jetzt falsch gesetzt? Ist doch schon vorbei. Siehst es nicht? Ja, doch. Jetzt reiß dich mal ein bisschen zusammen. So, genau. Hey. Ja. 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 Verstanden. Soldat. Äh. Ja. Was? Wie heißt das? Jassa. Grüß meine Füße. Und jetzt raus da. Wie ich's ihm beingebracht habe. Damit sie nicht stören. Ey, du kannst ne Tier 3 nehmen, da kannst du überall hinfliegen. Jetzt will ich mich verarschen. Statt um diese Dinger absaust, weil ich eh schon genau ein Stack davon habe, ne? Nee. Nee. Ist okay. Ist auch. Nein, ist okay. Aber das... Alter. Ach, Tyrox. Was läuft nur falsch mit euch? Alles. Okay. Tut mir leid. Sei euch mal nicht gegönnt. So. Harakira. Harakiri. Harakiri. Weißt du was? Hm? Katzenpiss ist nass. Hm? Genau. Okay. Das ist gut. Super. Tschüss. Boah. Nicht boah. Doch. Nee. Richtig fies. Richtig fies. Das ist gut. Äh, äh. Huh? Richtig. Du fliegst ganz normal mit der Rakete hoch ins Welt, dann öffnet sich die Map, dann suchst du dir den Planeten aus, wo du hinfliegen möchtest. Scheiße. 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 Alles. Was los Tyrox? Bist du am sterben? Er versteckt sich so nicht vorbei. Ich... Oh, da kommt was. Wer fliegt da? Seine Mutter. Ich winke. Sissi fliegt los, ich schraub grad auf den Mond an. Ah! Ah! Leon, die in Düsen stehen. Die tun weh. Ja! Genau. Ziemlich warm. Äh... Dats. 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 Lass mich raten, da ist sie gegangen. Sissi? Da ist sie wieder da. Aber Eik, jetzt war das so eine gelegene Frage. Warum ist hier 5 mal in 5 unterschiedlichen Dingen das gleiche? Weil Stern. So, wir haben wieder ein Quest 2 komplett fertig. Läuft. Stars Alignia, was auch immer. Kommt, wir schließen... Jungs, wir schließen jetzt eine Wette ab unter uns. Was ist in dem... Paket hier drin, was ich hab? Was ist denn? Es ist ein Crater. Was zu essen? Okay, Melvin? Block. Okay. Okay, ich sag Spawnei. Und... Spawnei! Spawnei! Paul! Raus mit ihr! Verscheucht ihr los, mein Haus! Ja. Essen. Lecker. War noch von Paul. Ach, der gute alte Paul! Der Pearl! Ach hier, wo macht man das jetzt hin? Ich mach's mal hier rein. Kann ich das? So, das sieht man sonst noch hier. Gib mir einen gebratenen Fisch und ich mach uns was leckeres. Äh... Ich hab mal... Fisch auf den Mond. Nein, die kannst du abreißen. Äh... Ich fliege mal kurz zu... Sissi auf dem Planeten und geb mir eine Dimensionalchest. Äh... Cassie sagt irgendwas mit einer Tür und braucht niemand mehr. Nee, ich brauch auch keiner mehr. Ich muss nur gucken, wird das jetzt befüllt? Yay! Äh... 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 Echt? Ja, gut, ne? Jaja. Ups. Upsala. Also Tyrox. Was soll ich denn dafür jetzt können hier? Weiß ich nicht. Ich wollte halt die Cassie beschuldigen, weil ich weiß, die rülpst halt gerne. Aber gut. Ja, gut, dass du auch auf die anderen achtest. Ja? Genau. Ich brauch gelbe Wolle. Ich sag ja nur damals so die ganz komischen Geräusche von Cassie, die sich angehört haben, wie ein Pups im flatternden Wind. Ja, aber unser Fuel hier draußen, das noch läuft. Haben wir noch ein Fuel-Fuel-Canister? Äh... Guck mal in die... Dimensional Chest, da müsste einer drinnen sein. Okay. Denn ich hab vorhin hier wieder abgepumpt bei mir. Gott, ich glaub... Hört sich auch ein bisschen falsch an. Hört sich auch ein bisschen falsch an. Ein bisschen. Ein bisschen. Ich brauch Hülse, Leute. Definitiv. Nicht nur du. Torek... Höch... 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 Ach, Mann. Äh... Sissi, auf welchem Planeten bist du geflogen? Hallo, Tyrone. Hallo, Tyrone. Hallo! Hallo! Ja, okay. Boah, wie ist deine Frau? Ach ja, ist klar. Hallo, ja... 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 Finde ihr euch grad gegenseitig zu? Hm. Jop. Schade, dass die Hand nicht nach unten geht bei mir. Ja? Das würde ein bisschen merkwürdig dann aussehen. Ein bisschen. Melvin, du stehst doch auf sowas. Ich sag nur, Forrest und die Frau breitbeinig auf deinem kleinen Häuschen. Warte, warte, das war ne andere Sache. Ach nee, stopp, das war ein Kerl, hast recht. Na. Nein. Äh... Doch. Es sah nur so aus. Ach ja, jetzt auf einmal sah es nur aus. Er kommt. Boing, boing, boing. Äh... Okay. Ich mag die Venus. Hier sind Dungeons. Geil. Oh. Bring mir was Gutes zum Mittag mit. Gesundheit. Ich mir auch. Okay. Geil. Bitte. Äh... Geht das... Das geht zur Tatsache. Hast du grad bitte gesagt? Was? Wie lautet das Soldat? Äh... Äh... Keine Sorge, wir gehen... Wir... 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 Wir rammeln uns durch das Dorf, wollte ich grad sagen. Nö. Oh Gott, Tyrox, die sehen aus wie du. Er hat ja noch mehr, du. Äh... Ich geh jetzt mal ganz... Hier... Wo bist denn du grad, Sissy? Weil ich will dir die Chess-Game... Ich will auch mal mit der Rakete verreisen, weil ich noch nie. Ja, wir können ja dann alle zusammen hier hinflattern und einen Dungeon looten oder mehrere. Ich passe. Ich muss sortieren. Äh... Ach du Scheiß. Also bin ich ja Kilometer von weit entfernt. Äh... Huhn... Was? 29... Und... Und... 125... Also... In die Richtung. Wuhh... Wuhh... Ne? Ach da hinten, ich seh' dich. Wuhh... Blaze! Was soll ich damit? Was soll ich damit? Was soll ich damit? Dana? Das brauche ich auch nicht. Essen. Essen! Ta. Ta.... Oh... Ich... Na... Äh... Nein! Kannst du abbauen und im Inventar mit rumtragen, das ist wie ein Ender-Chest und da hast du auch die ganzen Maschinen drinnen, um deine Rakete wieder zu befüllen. Da, 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 da. Ich hau jetzt mal so einen Blaze hier weg. Ja, komm, gib mir den Scheiß, wirf mir den Scheiß einfach hinzu. Und droppt einfach mal gar nichts, okay. Bitte, bitte. Könnte der Melvin, wenn er grad nicht wirklich was zu tun hat, mal bitte ein paar Eimer mit Rocket Fuel in den dimensional Anker legen. Weil ich muss ja dann auch noch vom Planeten flüchten. Okay. Wie ist da ein Fuel-Kanister? Oder wie? Äh, ne, Eimer mit Fuel drin, das reicht aus. Ach so. Vier Stück am besten. Das Fuel bekomme ich jetzt nochmal wo? Draußen ist schon ein riesen Ding voll. Ach so, der. Ja. Dann brauche ich jetzt mal wieder zwei Eis. Du brauchst einmal. Ja. Was haben wir hier alles, was haben wir hier alles durchgenagelt? Fuel bucket, ne? Äh, Tyrox. Also jetzt mal ernsthaft, im chemischen Decompressor hier, ne? Ja. Da ist so einiges. Ja, das weiß ich. Da war's. Ich wollte dich einfach mal ärgern und hab da mal Brot, Lapis, Redstone, Lapis, Bäume, Blätter und alles durchgehauen und ja. Ach so einer bist du. Ich wollte dich einfach mal ein bisschen ärgern. Ach danke. Ne, jetzt bin ich wirklich sauer. Nein, bist du nicht. Doch. Doch, kannst du ruhig sein, ich bin nicht auf dem Mond. Ich, ich, ne, 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 ne. Nimm's mit Humor. Andere haben's schwerer. Was hab ich so'n Scheiß mit Humor nehmen sollte? Tyrox. Ja, andere haben nur einen Arm und müssen das trotzdem sortieren. Wenn du mich meinst, ne? Was? Ne. Wieso sollte ich, hä? Das ist mir zu hoch eindeutig. Mir auch. Okay, dann sind wir schon zwei. Rocket Fuel ist im Dings. Na? Ja. Sondern das reicht, du musst. Drei. Jo, das reicht. Du musst darauf aufpassen, dass du nichts mit Radioaktivität hier so. Woher soll ich wissen, was radioaktiv ist? Ich kann wohl schlecht in ein Glas furzen, ne? Alles was theoretisch, wo alles was, äh, wo Nether, äh, Materialien drin verbaut sind, ist meistens... Okay, was ist mit der Venusrot? Gute Frage. Das ist ne Blazerot vom Venus. Musst du gucken. Ja, ich komm gleich zurück geflogen. Die Dungeons sind fürs Popöchen, da ist nichts drin. Außer Spawneier. Also Venusrot ist nicht, ist nicht. Venus TNT. Keine Sorge. Aus kann man nur TNT machen. Ah! Ah! Sind die Ohrenwohner schon wieder da? Ne, aber ich stand grad wie bei Forrest in Flammen. Naven! Naven? Ja? Oh! Keine Ahnung, äh... Müsst ich nicht. Au! Pfff! 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 Was ist das hier jetzt alleine hier auf dem Planeten? Ich flutter Back zurück. Pfff! Das... Das... Pff... Pfff! 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 Scheiße! Pfff! Ehhh! Das geht ja nur so! Pff! Pff! Pfff! Pff! Pfff! Untertitelung des ZDF, 2020